Das ist Philipp. Philipp würde gerne Rennrad fahren, doch draußen ist es ihm zu kalt. Daher setzt er sich auf sein Spinning-Bike. Eine Gangschaltung hat sein Spinning-Bike nicht, aber diesen komischen roten Drehknopf. Damit kann er einstellen, wie anstrengend es für ihn ist, in die Pedale zu treten. Doch was macht dieser rote Knopf? Schaut man genau hin, dann sieht man, dass sich über dem Vorderrad dieses rote Objekt bewegt. Mal befindet sich es über dem Vorderrad und mal über dem äußeren Rand des Vorderrades. Außerdem kann man erkennen, dass je weiter dieses Objekt über dem Vorderrad ist, desto schwerer fällt es Philipp, die Pedale zu treten. Ein genauerer Blick lässt erkennen, dass es sich bei diesem roten Objekt um mehrere in Reihe angeordnete Magnete handelt. Doch wie sorgen diese Magnete dafür, dass sich das Rad mal leichter und mal schwerer drehen lässt? Dazu ein Experiment. Die Scheibe hier soll das Vorderrad darstellen. Diese besteht, wie auch beim Spinning-Bike, aus Aluminium. Nähert man der drehenden Scheibe einen Magneten, kann man sehen, dass die Scheibe abgebremst wird. Da wir hier nur einen schwachen Magneten verwenden, ist die Abbremsung jedoch relativ schwach. Vielen Dank. Um zu verstehen, wie ein Magnet die Scheibe abbremst, wechseln wir einmal in die Modellansicht. Bei einem genaueren Blick sehen wir, dass sich oberhalb und unterhalb der Stelle, an der wir den Magneten an die Scheibe halten, sich Elektronen im Kreis bewegen. Diese Wirbelströme bauen jeweils ein Magnetfeld auf. Das untere Magnetfeld ist so ausgerichtet, dass es sich vom äußeren Magneten, den wir an die Scheibe halten, abstößt. Das bedeutet, dass dadurch dieser Teil beim nach oben drehen, abgebremst wird. Das obere Magnetfeld ist so ausgerichtet, dass es vom äußeren Magnetfeld angezogen wird. Dieser Teil wird also auch daran gehindert, sich einfach so weiter nach oben wegzudrehen. So wird die Scheibe langsam abgebremst. Doch wie kommt es überhaupt zu der Drehung der Elektronen? Schauen wir genau hin, kann man diese Frage mithilfe der Drei-Finger-Regel der linken Hand beantworten. Die Lorenzkraft zeigt in diesem Fall nach rechts. Die Elektronen werden also hin zum Rand der Scheibe gedrückt. Dort können sie allerdings nur bis zum Rand fließen. Die nachrückenden Elektronen drücken die Elektronen am Rand entweder nach oben oder nach unten weg. Dadurch kommt es zu Kreisströmen. Jetzt weiß Philipp Bescheid, aber nach dieser ganzen Denkleistung gönnt er sich erstmal eine Pause.